Seid gegrüßt, Freunde. Hier ist euer Piray. Und wir werden jetzt diesen Boss in Shadow the Hedgehog richtig einheimsen. Der hat... ah, what? Ich hab jetzt grad nicht aufgepasst, weil... Ich will den seine... Nein... Ich will den seine Minen nicht attackieren. Ich will... ...das Ding attackieren. Einen gewissen Grund. Kannst du mal aufhören, diese dämischen Minen zu werfen? Das ist langweilig. Vor allem... Joach... Ah... Das Ding... So... Deswegen wollte ich die... Hab ich die Dinger attackiert... Drrrrrrrrr... So... Juck... 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 Oh... Komm... Juck... 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 Verdammt... Ich brauch einen Ring? Okay, haben wir schon erledigt. Und, zack, 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 zack. Na. Kriegst langsam Probleme, wa? Klack. Und die nächste. Nächste. Zack, ich lasse dich doch nicht aushalten. Beschuss hier. Was glaubst du von mir? Oh, jetzt hast du diese Ken unten gemacht. Das wusste ich nicht, dass du diesen Move kannst. Oh. Und die nächste. Und down. Das Ding sieht aber nicht schlecht aus. Obwohl, ich denke, dass es nicht so kampffähig ist, wie man denkt. Oder es dargestellt wird. Was wachst du Maria? Verrückte Menschen, aus meiner Sicht. Perfekt. Herr, dein Transport ist bereit. Wir müssen jetzt gehen. Herr, bitte. Herr, bitte. Wieder einmal... Ich habe meine Aufgabe zu retten, um unsere Nation zu retten. Herr, es ist nicht vorbei. Wir können weitergehen. Die Black-Iliens vielleicht haben uns nicht möglich gemacht. Aber wir werden, Herr Herr. Du musst deine Nation stark und zusammenhalten. Ja. Bleib die Nation zusammen. Kein Problem, was passiert. Wir werden nie auf diese Kreaturen zurückgeben. So viel habe ich von ihnen gelernt. Herr, bitte, schnell! Okay. Die schwarzen Kreaturen fühlen sich ihre eigenen verdammten Hölle. Oh, ein schönes Transportschiffchen. Vor allem, weil der Flieger so unlogisch abgehoben ist. Seid sie sicher, dass sie ihre Situation verstehen. Ich muss gerade überlegen, welche Mission das war. Hi, Tails! Die schwarzen Kreaturen sind nachdem die Präsidenten ausgerufen haben. Du hast... Die Schwanne hat... Die Schwanne hat... Die Schwanne hat... Die Schwanne hat eine der Emeralds. Die Schwanne hat eine der Emeralds. Die Schwanne hat eine der Emeralds. Oh, gib mir mal eure Waffen her. Das muss ich eigentlich nur Tails machen. Ach so, die Aliens das stören. Nö, danke. Ich glaube, ich muss euch verschonen. Und dann kommt ihr und wollt mir einen Überbraten. Hi! Eure Waffe ist cool. Die nehm ich. So. Seilspringen... Laserspringen ist es ja eigentlich. Wenn ich in einer kurzen Distanz lerne, wenn ich in der Welt komme. Ich versuche einen Schwanne. Auf. Oh, cool. Autofahren, aber ich möchte mit dem Auto fahren. Bum, 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 bum. Gib mal deine Waffe. Ich will noch ein bisschen mehr in den Mund zu holen. Danke. So. Und wir haben den Fliegel gerade eingeholt. Aber, ähm, das ist mir total egal. Hi! Ah, noch ein bisschen. Dann könnte ich dich mit Chaos Control abkürzen. Hab ich auch nicht vergessen. Wir gehen einfach weiter. So. Ähm. Geh kaputt, du riesen Ding. Wie viel darf ich ihn noch töten? Ja, okay. Ich darf genug töten. Also zwei Chaos Control könnte ich vorher kriegen. Und tschüss. Behalte! Kontroll! Das würde ich mal sauber abgekürzt nennen. Oh, kommt jetzt nicht die... Ja, die Balance Action kommt. Und Krynten. Klack, klack, klack. So. Ist mir egal, was der da oben macht. Ich will einfach nur durch. Gib her. Ja. Wie viel haben wir denn noch, die wir töten dürfen? Oh ja. Noch genug. Ich will noch mal Chaos Control kriegen. Och. Ne. Hoch da. Och. So. Na, genau. Schau doch. Halt dich noch fest. Ja, genau. Jetzt hält er sich nicht fest. So. Warum nicht gleich so? Und tschüss. Das Ding steht definitiv unter Strom. Dann nehme ich mir lieber einen anderen Weg. Okay. Der sieht auch nicht grad so einladend aus. Erinnere mich so ein bisschen an Mario. Dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün. Dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün Die Schleifte haben einen roten Mann geblieben. Sie haben einen roten Mann geblieben. Du kannst aufhören auf mich zu schießen. Ich mach für euch die Aliens kalt. Also musstest du auch was Gutes haben, oder? Für euch. Schau sie auf und dann raus. Du bist wie eine Flamme von mir. Du musst sie alle töten, oder der Präsident ist in Ordnung. So, da ist der nächste fette. Und dann machen wir noch mal Chaos-Control. Und dann machen wir noch mal Chaos-Control. Und dann machen wir noch mal Chaos-Control. Ich glaube ich will noch mal Chaos-Control machen. Noch einen brauchen wir noch einen. Chaos-Control und sparen noch mal Zeit. Klack 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 klack. Und Chaos-Control. Verdammt, ich hätte mir Chaos-Control eigentlich auch sparen müssen für einen gewissen Punkt. Oh! Das ist super abgekürzt. Und tschüss. Das war im Cut super abgekürzt. Ähm. Ach. Warum? Ich kümmere mich nicht um euch. Tschüss. Achso, ich muss mich um euch kümmern. Ich muss euch töten, damit ich hier vorbeikomme. Ich muss aber aufpassen, dass ich euch nicht komplett alle ausrotte. So. Jetzt aber. Jetzt ist die Tür offen. Also, ich könnte noch mal Chaos-Control vollkriegen. Das trifft sich sehr, sehr gut. Das ist sehr schön. Ähm. Hallo. Kaputt gehen. War das nett? Aha, genau. Hier war's. Ach ne. Nicht schon wieder so eine Außenanlagen-Ding. Wunderbar. Oh Mann! Wir sind hoch! Schau deinen Fuß, okay? Ich pass schon auf. Tails. So geht's auch. Ach. Ich verschone euch. Merkt ihr's? Und verschont ihr mich nicht? Ich hab meine eigenen Zwecke hier. Bähige Zwecke und Mittel. So. Wie sieht's eigentlich mit dem Status aus? Wir sind so gut wie am Ende. Wir sind so gut wie am Ende. Das trifft sich sehr, 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 sehr gut. Hm. Da ist ein Bigger. Jetzt kommt eine Stelle, wo ich ziemlich viel Zeit verschwenden würde. Weil das ein Fahrstuhl ist. Und... Da ich diese Zeit nicht verschwenden möchte, will ich Chaos Control vollkriegen. Und dann spar ich mir diese Zeit. Ah, verdammt! Ja, ich versuch grad zu gucken, ob's hier noch irgendwo welche gibt. Ich will nämlich nicht den Fahrstuhl bedienen. Das sieht nicht danach aus. Hm. Na komm, wenn ich schon hier bin. Machen wir das doch gleich mit. Ja, aber das sieht nicht so aus. Fettlarmend. Das ist doof. Na gut. Dann fahren wir im Fahrstuhl. Fahrstuhl fahren. Jetzt fährt das Ding hier rein und wir könnten das zerstören. Könnten. Müssen aber nicht. Kannst du aufhören auf mich zu schießen? Danke. Ich werde dir sehr verbunden. So. Der Botnang ist so'n grosses... Transporter-Schiff. Die schießen auf mich. Was soll ich machen? Bombs. Ich mach's auch kurz und schmerzlos, Tails. Siehst du? Das ist so. 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 Ich hatte einen Stücken von помощiert. Das ist so. Das ist so. Das ist so. Da gibt es so. Das muss dir gut machen können. sized pessoal profitieren. Ja, ich hab, wie wir es습多少, ob wir rauchen können. Der jetzt einfach we preach 방법, oder? Ich binraid,watcher von wirken. Oder die? Ich nehme diesmal die. Die hat mir eine Durchschlagskraft. Sack. Was haben wir denn hier? Tod allen, die mich... Ach, Mann, ich vergesse immer wieder, was das übersetzt heißt. Ja, gibts nochmal lang her. Oh, zwei von euch. Oh, zwei von euch. Oh, zwei von euch. Oh, zwei von euch. Das wird der beste Show, Shadow. Ich werde diesen Alienkommunen mit meinen kleinen Händen abschneiden. Oh, zwei von euch. Ichϊ Express. Ich werde mich fragen. Entschuldigung! Willst du nicht die Maske attackieren, sonst kommt diese Plattform nicht. Sie haben keine Ahnung, was sie bringt. Oh, keine Lust, jetzt darauf einzugehen. So, auieieieieie. Klack. Ähm, nööööö, oh, 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 Minen, ne? Ja, ich seh, ich seh doch nix, so. Wir haben erst zehn Stück, obwohl wir so circa bei der Hälfte fast schon sind. Ich hoffe einfach, dass sich das nicht wieder an dem selben Punkt aufhängt. Oh, ihr habt den ja gesehen, den Punkt. Weil das wäre nämlich richtig ärgerlich. Ja, ja. Hallo, Freunde. 50, wir haben es 50 Leute reingeschafft, vor allem alleine. Die sind ja nie in der Gruppe oder so. Geh, kaputt. Ne, ich nehme jetzt die... Aua! Moment. Ich kann auch das Ding da oben kaputt machen, oder? Ja, kann ich. Geh mal her. Och, ich will das Ding kaputt machen. Das geht mir grad so tierisch auf die... Das geht mir grad richtig auf die Nüsse, das Ding. Und so... Ach so, das ist eine Lasergun. Ist hier einer? Da müsste einer sein. Ja. Eine Lasergun. Ohne schlecht. Wie kürzlich sind sie wirklich. Wie kürzlich sind sie wirklich. Schau. Stopp. Und mal. Nö. Komm, spuck noch einen aus. Ohne. Haut er nicht mehr. Egal. Paar 90 Schuss reichen ja. Oh. Oh. Zu verrückter Poster! Oh, die für die Verbindungen wissen! Ich würde es mal schliessen. Hä? Auf. 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 Wir müssen hier aufhören und nicht schießen. Hier muss noch einer kommen, oder? Ja. Und noch mal die böse Leiste voll. Irgendwie hab ich das Gefühl, von den großen geht die Sau schnell voll. Wie weit sind wir eigentlich? Oh, wir sind an dem Punkt. In der Nähe des Punktes, wo das abgeschmiert ist. So, jetzt brauchen wir aber den Surfer. Oh, der ist ja hier. Wir sind da ganz nah. Ihr werdet gleich die Stelle nochmal erkennen. Ich behalte diesen Surfer hier. Genau hier an dieser Stelle ist es abgekackt. So. Ich hoffentlich kackst du jetzt nicht nochmal ab, weil wenn du schon einmal abgekackt bist, Mist, ich krieg die Munition nicht. Ich will den da oben haben. So, jetzt muss ich nochmal zurückgehen. Auch wenn ich jetzt wieder die Stelle berühre. Nein, da oben ist keiner mehr. Gut, 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 fahr einfach. Fahr. Bitte nicht. Ha. Da, 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 da. Alles kaputt machen. Da oben ist noch einer. Höh? Ich prall von der Waffe ab. Was ist das so ein Mist? So. Da ist noch was. Ähm. So. Es klappt wunderbar jetzt. Keine Ahnung, warum es letztes Mal abgeschmiert ist. Vielleicht. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So. Oh, da oben ist einer mit dem Geschütz. Na, ich bin auf der Vollenergie. So. Kannst du mir mal... Egal, ich ignoriere den jetzt. Wo, 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 wo. Hast der, hat der ein Sperrfeuer drauf? Da oben. Ich krieg wieder die Waffe nicht. So. Ja, genau. Töte den da oben auch. Oh, da kommt sogar zwei Stück. Kann... Ah, ich prall von denen ab. Weil diese Discoscheiben nicht richtig geladen sind. Und die nicht richtig erschienen sind. Deswegen pralle ich bei denen ab. Weil die da innen drin stecken irgendwie. So. So. Aua. Gut, dann hätten wir das schon mal geschafft. Und jetzt haben wir Chaos Control. Problem. Wieds uns nix, weil wir müssen ja die ganz Soldiers töten. Ah ja. Ich bin unsterblich. Sind da drüben nicht welche? Nö. Ich sehe keine. Ah. Minen. Plan... Kaputt springen. Passiert nix. Du solltest hier auf die Hände hochfliegen und überraschen sie. Mach das. Ich glaube ich wechsle die Waffe. Zack, zack, zack. 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 Oh Mann, ich muss echt mal gucken was dieser Spruch noch mal hieß. Passiert nix Ich bin sehr optimistisch, dass ich das eigentlich wunderbar schaffen sollte. Da ist noch einer. Oh, da sind zwei. Weg ist es. Jetzt haben wir das auch. So. Es fehlen noch neun Stück. Und ich weiß, dass das Ziel sehr nah ist. Wie nah, kann ich nicht sagen. Ich hoffe einfach, dass ich keinen übersehen habe. So. Ich gehe jetzt erstmal nach links. Und finde einen Schlüssel. Hm. Da hinten ist noch einer. Bevor ich doch... Wow, wow, wow. Es sind sogar noch zwei. Okay. Zu dir. So, wo muss ich lang? Muss ich da lang? Sieht nicht so aus. Dann hätte ich... Hm. Da lang gehen muss ich auch nicht. Und... Ah, okay. Wir sehen... So. Ähm... Ich will die Kurze Kurze nicht mehr beobachten. Wenn das möglich wäre... Danke. So. Ich sehe keinen da hinten außer diese... Würmer und... euch. So. Da da dumm, 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 da dumm. Ja. Die blockieren aber die Tür und ich komme nicht vorbei, solange... die existieren. Solltest du dir mal neue Sicherheitsschlösser überlegen. Ich will da hoch. Zack. Kaputt. So, ähm... Soll ich denn da hinkommen? Aha. Zack, zack und durch. Komm. Den Rest laufen wir. Oh, schön, schön. So. Ich bin doch schon auf Weg. So. Oh, du bist ein riesiger. Okay, einmal. Zweimal. Und durch. Okay, noch zwei Stück fehlen. Den... Ich sehe sie schon. Da sind sie. Und... Yeah. Jetzt seid ihr dran. Und... Level geschafft. Puh. Lass die Menschen ihren finalen Judgment-Day erwarten. So. Dun 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 dun. Ja, und die Rang. Das geht ja noch. Ja, und die Rang. Das geht ja noch. Und... 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 Was haben wir jetzt? Eine Cutscene, glaube ich. Oder? Ja, eine Cutscene, denke ich. Ja, eine Cutscene. Schadow. Ich kann dich weg. Nicht so. Du. 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 Schöne. Die Arken. Das ist das. Wie gut. Eine Cutscene. Oh, genau. Ich weiß was ich muss. Ich bin geholt, um zu bringen orderen zu Menschen. Die Menschen, sie ist keine Lebenszeit. Sie werden die, die sie verdienten. Sie werden sie, die ihre Leben für was sie getan haben. Du? Du? Sonic, wenn du mich versuchst, werde ich dich auch zu verhindern. Aber es gibt hier scheinbar nichts. Doch. Er hat seine Waffe gefertigt, okay. So. Jetzt macht er erstmal seine... Komm her Sonic. Macht er eine Explosionswelle, die geht bis hier hin. So. Sonic, wo bist du denn? Ich brauch dich jetzt mal... Ich kann nämlich nichts machen. Oh man, wo ist denn Sonic? Der hängt irgendwo fest. Hallo. Sonic? Kann es sein, dass er gestorben ist? Hallo. Kommst du jetzt mal? Was macht der? Oh, jetzt muss ich mich wieder zurückziehen. Warum läuft der mir hinterher? Habe ich schon wieder in das Spiel geglitscht? Was soll denn der Mist? Ah, jetzt. So. So. Ja. Ist mir egal. Irgendwie will Sonic nicht. Komm. Schieß doch endlich. Hallo. Irgendwie stehen die nur doof rum. Ich nehme das. Gehe das. Gehe das. Was ist denn? Ich bin der. Ich bin der. Ohne. Ich bin der. Jetzt ist es Zeit, das zu Ende. Und ich bin der. Feuer. Ich kann doch hier eine Unverwundbarkeit irgendwo kriegen, oder? Da habe ich mich gerade verguckt. So. Schieß nun mal. Schieß nun mal. Alter Sonic, der macht gar nichts. Ah, verdammt. Ah, ja. Ja, ist mir eigentlich total egal, weil... So. Oh ja, jetzt hat er mich geblockt. Ah, jetzt kommt seine komische Kanone wieder. Ganz ehrlich, irgendwas stimmt mit dem Level nicht. Hä? Ich konnte mich nicht bewegen. Sonic stand in mir. Was ist denn das für ein Bullshit? Warum stellt es sich eigentlich in mich, Sonic? Okay, jetzt hat er die Schwebekraft verloren. Jetzt wird er leichter. So. Hold still you devil. Ah, moind. Ich brauche jetzt unbedingt das mal... ...einen Ring. Klappe Sonic. Hold still you devil. Zack. Das kann ich jetzt die ganze Zeit eigentlich herausprovozieren, dieses Hold still you devil. Ich will aber jetzt erstmal wieder eine Waffe haben. Ah, da. Leben. Ah, verdammt. Timing versaut. Gar nichts mehr. Kann es sein, dass Sonic wirklich jetzt... ...irgendwie einen Ladefehler hat? Weil... ...es kommt mir so vor... ...als ob er... ...wie heißt das, für mich die ganzen Sachen einsammelt und so. So. Jetzt nochmal. Na, komm. Hold still. Ach, ist mir egal, ob der mich trifft. Jetzt nochmal. Und, komm. Ah, jetzt hat er sein Schild hat hier und so. Jetzt aber. Und komm, noch einmal. Hold still you devil. Und tot. Tschüss. Du hast versagt. Goodbye. Guter Einkauf. Game over, Sonic. Haha. So, euer Spruch, Shadow. Irgendwie war der Kampf komisch. Normalerweise attackiert es noch nicht mehr. Aber, okay. Aber, okay. War halt so. Aber, okay. War halt so. Achso, und ich entschuldige mich, weil dieser Part wird um etwas länger wurde als die anderen. Da ich das aneinander geschnitten hab. Ich bin, ich bin noch, aber... Ah. Wer bin ich!